hallo leute mein name ist sozial in stock und damit herzlich willkommen zu einer weiteren m4 reaktion heute ist ab 18 uhr es kommt eine neue reaktion gleich raus und jetzt wird es natürlich interessant was erwartet uns nach magis großartigen sieg in diesem hammer mäßigen movie das ist halt eine gute frage in diesem fall maggie hat ihr ziel erreicht sie hat den sieg eingeholt sie hat die ist die nicht enttäuscht und ist die konnte somit in ruhe jetzt gehen doch wie geht es jetzt weiter für maggie das ist eine frage die sich viele stellen ich persönlich hoffe jetzt dass ja ich bin eigentlich nicht so ein schipper aber ich hoffe dass maggie dies jetzt erst mit mario mehr zusammenkommt oder so ähnlich auf ihre art wäre interessant auf jeden fall das mainziel hat sie erreicht und ja wir werden ja gleich sehen was kommt ich bin auf jeden fall sehr gespannt und ich hoffe dieses mal vergesst mich wieder 16 nicht schon wieder das hat er nämlich beim letzten mal wieder mal vergessen und ich war einer der erst ich war sogar der allererste der seine live reaktion angekündigt hat war übrigens eine schöne reaktion könnt ihr euch nach anschauen und meinen kanal ich habe den ganzen film reagiert so wir haben 18 uhr das heißt jeden moment kommt das video nicht per nachrichtigung so wo bleibt sg4 oder ist heute pause aufgrund des großen maggie movies wie er schon im film sagte ich mache 30 minuten movie and crying for 10 hours noch nichts wir warten auf das neue video das kommt entweder über die benachrichtigung oder so dann natürlich über ein normales youtube kommen und da ist es er sieht vor mario complete text freundlich 8 joshis taxis ja das wird jetzt interessant danke bildschirm los geht's ok geht's sofort los ja ich war mir nicht sicher ob alles lief also jetzt mein name ist sozial inzog und jetzt geht es los war nicht gut sg4 ja das war wirklich der wahnsinn für mich als großer maggie fan und ich kann mir nichts davon leisten höchstens das t-shirt verwechselt doch nicht schumi mit maggie was ok wo starten wir du ich hier bei steuererklärungen auch nicht schon wieder nein die taxis hier zerstört hat was 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 da war geht ooooh Mario versteht überhaupt nichts von ok ja Mama Mia! Mama F***er! Let's go! La la la! Hm, hm! Oh, Gott! Oh! Mister Monitor! Da ist er schon wieder! Der ist jetzt wohl offiziell ein Avatar von SU4. Tja, der wollte mich hören. Oh, I'm the winner! Unterschätze niemals, Mister Monitor! I cannot even begin to describe the horrible things I'm about to do to you. What just happened? Ha-ha-ha-ha! Make a wish, honey. No one commits tax fraud in my town. No one. Have a nice day. Mister Monitor ist so ein cooler Charakter! Inzwischen. Was? Sie haben Yoshi geschnappt? Der ist schon seit Jahren auf der Flucht gewesen. Hm? 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 Okay. Das nehm ich mal schnell im Tunnel gegraben. Huh, 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 huh. Oder war das schon im Tunnel? Nicht so laut. Das ist mein Tunnel. Mr. Monitor kann ich hören. Are you? Autsch! Mama mia! Was macht der? Ein Einlegen. Alles klar. Der Portal Gun. Ja, von Portal. Oh. So leicht wird das nicht. Ui, schön aufgehalten. Was the f**k ist das? Hahaha. Oh man, not again. Ist schon öfters passiert, anscheinend. Naja, Mario hat's schon gemacht. Oh, hell no. Oh, mamma mia. Oh, no. Oh, no. Oh, Hey, andet's eh? Uh-oh. Was zum Teufel?! Sind das alles Yoshis, die auf der Flucht sind?! Wegen Tazzi bezahlen?! Der Gag ist ja durch eine 2-Millionen-Cavulation entstanden. Ai, 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 was machen die? Oh, shit! Das ist a deadhead! Geht? Was zum Teufel?! Ha-ha-ha-ha! Das ist a fat Yashi! Das war alles?! Was zum Teufel geht hier ab?! Oh-ho-ho-ho! Yashi! Yashii! Yashii! Can they claim a Yoshi as a dependent? Mamma mia! Oof! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uh... Ja? Ja? No! No! Please, no! No! Uh-oh! Was. Es ist ein Künstler und Geht! Um-ho-ho-ho-ho-ha-ha-ha-ha! Oh, shit! Du musst sterben! Monopoly? Oooh, Yoshi's Tunnel of Doom. Very scary. Ehm, okay. Oh. Die sch*** ist mit Geld? Auf Mario. Ja, schlau. Der kriegt doch One-Ups davon. Der kriegt doch zwei. Der kriegt doch zwei. Okay, Spaghetti-Soße. Was kommt jetzt? Oiii! Dieses YouTube-Mani tat weh! Uh-oh. It's a big Yoshi again. Big Yoshi again. Ooh. And, okay. Okay. Pfff. Wohohohoi! Auuuutsch! Was? Zum Teufel! Mr. Monitor? Jetzt werden wir einen guten Moment zum Retten. Hm? Das Handy? Ja, er hat ja seine Nase. Stimmt! Er ruft bitte einen Monitor! Yes! Er ruft bitte einen Monitor! He, da hat der Mario vom letzten Moni... ... zur Sache. We might have a potential customer! Hello there! This is Mr. Monitor of Mr. Monitor's safety monitors! Ah, I see! Okay... Der kommt durch, das Handy?! Der kommt durch, das Handy?! Haaa! Mr. Monitor! Richtig guter Charakter! So langsam! Wohooooi! Ist der stark! Der hat sich ganz schön in die Hosen gemacht! Der hat sich ganz schön in die Hosen gemacht! Bumm! Das arme Flugzeug! Das ist so nice! Welp, danke, Mario! You helped me take down the biggest tax fraud, Syndicate in the Mushroom Kingdom. And for that, I'll let her. Little incident. This morning's Litten Task. Woah! Thank you so much! But if I ever catch you doing anything illegal again, I will rip your heart out! Oh! Uh-oh! Mr. Monitor ist so ein cooler Charakter geworden! Hahaha! Woah! Und er muss das erstmal verdauen! Das nennt ich mal eine coole Animation! Weird war die diesmal richtig! Und... Woah! Cooles Fan-Act von Maggie! Aber naja! Es war ne klasse Animation! Ich bedanke mich für's zusehen! Bleib sozial! Lass mal da! Und... Bye! Umm Warte appropriat! See you later! Bye! Vielen Dank.